Jo Leute, bevor das Video losgeht, möchte ich nochmal ganz schnell auf meine kleine Serie verweisen. Ich programmiere dein Plugin. Der Link zum Anfordern eines individuellen Plugins ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich freue mich über jede Anfrage. Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar möchte ich euch heute einmal zeigen, wie man die Mob-Spawn-Rate auf einem Minecraft-Server erhöhen, beziehungsweise auch noch vermindern kann. Und zwar hat mir ein Zuschauer geschrieben, ich nenne jetzt mal deinen Namen nicht, da ich noch in keinem Video vorher gesagt habe, dass ich den Namen im Video gerne erwähnen möchte. Deswegen sage ich das jetzt einfach nochmal ganz klar. Wenn ihr eine Plugin-Anforderung sendet, dann rechnet damit, dass euer Name dann auch genannt wird, oder beziehungsweise eure E-Mail-Adresse, nenne ich jetzt nicht die ganze. Auf jeden Fall hat mir ein Zuschauer geschrieben, nochmal kurz, falls ihr es gerade nicht richtig verstanden habt, also ich nenne nicht die E-Mail-Adresse, sondern einfach, wenn da ein Name drin steht, dann halt den Namen. Denn ein Zuschauer immer zu sagen, das wird auf die Dauer ein bisschen komisch. Auf jeden Fall hat mir ein Zuschauer geschrieben, beziehungsweise ein Plugin angefordert, welches die Mob-Spawn-Rate senkt und des Weiteren sollen die Mobs am Tag nicht mehr verbrennen. Und das Ganze habe ich jetzt gemacht. Also das mit der Spawn-Rate, das geht ganz einfach, das zeige ich euch jetzt mal ganz schnell hier. Ihr geht hierfür einfach in Debug-Kit.yml, die editiert ihr jetzt einfach mit irgendeinem X-Beliebing-Editor. Und dann kommt ihr auch schon hier rein und hier seht ihr schon Spawn-Limits und eben hier steht Monsters. Und hier könnt ihr die Rate erhöhen. Ich setze sie jetzt einfach mal auf 1000. Dann seht ihr direkt den Unterschied, also dann werden da ziemlich viele Monster gleich spawnen. Des Weiteren habe ich das Disable Mob Damage Plugin mal eben schnell geschrieben. Das ist nur 3 Kilobyte groß. Das habe ich dem guten Zuschauer auch dann, wenn das Video rauskommt, schon zugesendet. Und das Plugin entfernt einfach Mob Damage, wie der Name schon sagt. Also wenn die von Feuer oder so gedamaged werden, dann kriegen die keinen Schaden. Aber wir als Spieler können die natürlich immer noch killen. So Leute, dann einmal hier zurück in Minecraft. Werdet ihr jetzt auch schon sehen, wie hier das definitiv mehr Monster wie sonst spawnen. Ich habe jetzt nochmal den Server schnell neu gestartet. Denn wenn man in der Bucket-Y-Mail etwas umwendet, muss man den Server natürlich dann nachher neu starten. Weil ein Reload da nicht hilft, wie ich soeben bemerkt habe. Aber ihr seht, wer das Ganze auf 1000 stellt. Ich weiß nicht, ob das von dir Zuschauer, ich sage jetzt Zuschauer, weil ich den Namen in diesem Video noch nicht sagen darf. Aber ab den nächsten Videos werde ich dann auch immer die Namen nennen. Deswegen, wenn ihr da was einsendet, dann seid gewarnt. Ich werde euren Namen aussprechen. Also auf jeden Fall, wie ihr jetzt hier schon seht, spawnen hier definitiv mehr Monster, als es sonst spawnen würden. Und jetzt wollte der gute Zuschauer noch, dass die Monster bei Tag nicht verbrennen. Deswegen gehe ich einfach mal in die Konsole und setze die Tageszeit auf Tag. Da habe ich das Ganze auf Tag gesetzt. Und ihr seht jetzt schon, die fangen natürlich an zu brennen. Und es sieht auch so aus, als würden die Schaden bekommen. Aber wie ihr schon sehen könnt, verbrennen die nicht. Das ist nämlich ausgestellt. Also die sterben nicht dran, aber die kriegen halt Schaden. Das ist... Also hier seht ihr schon, sie brennt. Dann hören sie wieder auf zu brennen. Also sie nehmen definitiv keinen Schaden. Und ja, ich hoffe, das passt dann natürlich auch so. Wir als Spieler könnten jetzt aber natürlich diese Mobs umbringen. Ich mache das jetzt einfach mal hier, indem ich einfach mal diesen Typ hier umbringe. Damit ihr natürlich seht, dass nicht die Spieler dann die auch nicht mehr umbringen können. Also das funktioniert definitiv. Die verbrennen nur nicht mehr bei Tag. Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr selber ein Plugin anfordern wollt, dann könnt ihr das mit dem Link unten in der Videobeschreibung direkt tun. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und tschüss.